Moin Leute, herzlich willkommen zum NBA-Woche 16 Teil 3 von Teil 3 Tippspiel 2020-2021. Let's go. Heute um 22 Uhr das Top-Spiel Brooklyn Nets gegen Los Angeles Lakers. 1.12 zu 1.15 für die LL Lakers. Dann um 3 Uhr Utah Jazz gewinnen gegen Sakumato Kings. 1.14 zu 1.10. Oklahoma City Thunder verliehen gegen die Sixers. 1.13 zu 1.25. Dann um 4 Uhr Portland Trailblazers gegen die Two-Istons. 1.12 zu 1.20 Pistons. Phoenix Suns gewinnen gegen Washington Wizards. 1.123 zu 1.108. Golden State Warriors gewinnen gegen Houston Rockets. 1.133 zu 1.19. Dann um 19 Uhr Charlotte Hornets. 4 LL gegen Atlanta Hawks. 9.108 zu 1.108. 4 LL gegen Boston Celtics. 1.201 zu 1.204. Dann morgen um 1 Uhr Orlando Magic gegen Milwaukee Bucks. 99 zu 121 Bucks, Cleveland Cavaliers, Berlin gegen New Orleans, Pelicans, 123 zu 125, dann um 2 Uhr, New York Knicks gegen Toronto Raptors, 133 zu 119 Knicks, Minnesota Timberwolves verlieren gegen die Bulls aus Chicago, 111 zu 118, Dallas Mavericks gewinnen knapp gegen San Antonio Spurs, 102 zu 100, Memphis Grizzlies verliehen gegen die Indiana Pacers, 121 zu 122, und um 4 Uhr prozentuell Blazers verlieren gegen Miami Heat, 111 zu 117 und Los Angeles Clippers Gewinnen gegen die Torpistons, 121 zu 107, so das war's vom NBA Woche 16, letzter Tritt, Teil 3 von Teil 3, Season 2020, 2021, so lassen, like, da lassen, aber da, ciao.